Madonna informierte ihre Fans, dass sie die Tournee aufgrund ihres Gesundheitszustands verschieben müsse. Sie bedankte sich jedoch für die Unterstützung und versprach, dass sie bald auf die Bühne zurückkehren werde, um ihre Hits mit ihren treuen Anhängern zu teilen. Die Nachricht von Madonnas Zusammenbruch hatte weltweit für Schlagzeilen gesorgt und ihre Fans in großer Sorge versetzt. Viele Menschen äußerten ihre Genesungswünsche und beteten für ihre schnelle Erholung. Die Pop-Ikone, die für ihre energiegeladenen Bühnenschuss und ihren körperlichen Einsatz bekannt ist, hat in der Vergangenheit mehrere Verletzungen erlitten. Dennoch hat sie sich immer wieder zurückgekämpft und ihre Karriere fortgesetzt. Madonnas Gesundheitszustand bleibt weiterhin im Fokus der Öffentlichkeit, dass ihre Fans gespannt auf weitere Updates und Neuigkeiten warten. In der Zwischenzeit senden sie ihr weiterhin positive Gedanken und wünschen ihr eine rasche Genesung.